Hallo Leute, das ist mein zweites Video für diese Woche. Heute trage ich eine Pulli von Urban Outfitters. Das ist aus der Kollektion von Mont Saint-Michel. Das ist eine französische Marke aus Frankreich. Deswegen trage ich auch das Pulli, weil ich diese Woche nach Frankreich gehe, in die Bretagne, wo der Mont Saint-Michel ist und wo der Name der Marke kommt. Dazu habe ich zwei Kette von der Monkey Store. Das ist eine Vintage Store in Berlin. Das ist in der Torstraße, Oberstraße, Ecke Torstraße, glaube ich. Und das Rock ist von Sarah aus der neuen Kollektion. Und die Schuhe sind auch von Sarah aus der neuen Kollektion. Tschüss! Und los! Drei Maler, wo du mal hier bist? Drei Maler. Ich kann noch mehr ausprobieren, weil ich brings mir auf der Hauptsacht preiste.